Die Stadt Zossen sucht zum 1. Juni 2017 oder später einen Hausmeister oder eine Hausmeisterin für die Gesamtschule in Dabendorf. Geboten wird eine unbefristete Vollzeitstelle bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 38 Stunden. Voraussetzung ist eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung, Organisationsvermögen und Durchsetzungskraft. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 30. April 2017 an die Stadt Zossen, Personalwesen, Marktplatz 20 in 15806 Zossen.